Jupp, da bin ich wieder. Diesmal mit Ladebildschirm, okay. Ja, hier so ein Wood Elf hätte ich vielleicht mal sein sollen. Das wäre vielleicht eventuell ganz gut gewesen. Ähm, so rein aus kampftaktischen Gründen. I can't believe it, you are Dragonborn! Ich bin natürlich total ratlos, was das ist. Ein bisschen Selbstbewusstsein hier. Aber der hat einen lustigen Helm hier mit Hörnchen. Ähm, ja gut, wenn er will, dass ich... Achso, ich hab ja... Muss ich ja Z drücken. Yeah! So, ich kann das auch mal wegstecken. Hm, awesome. Hm, hm, hm. So. Ich gucke auch aus der Hölle. Er hat auch übelst die roten Augen. So. Ja, und nu? Bla 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 bla, you head back, bla bla, und so weiter. Kriegen wir hin. Haben wir ja was zu tun. Aber nicht zu Fuß. Ist das ja nicht normalerweise? Ah ja. Jo, dann sagen wir dem Jarl mal Bescheid, was hier abgeht. Diesmal auch, ähm, eine... Oh Gott, so viele Menschen hier. Was? Ich habe Freunde, okay. Warum wackelt das jetzt gerade so? Ah, jetzt nicht. Mann. Guck der da so. Oh, Mond. Zwei Mond. Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Naja, egal. Ähm, ich kann ja erst mal den Brief angucken. Ich habe ja auch noch so eine Corpse Note, genau. So, was steht denn hier Schönes drin? Find the source of power in Ironbind Barrow. Oh, okay. Und meine Corpse Note, die wollte ich ja auch noch angucken. If you're reading this, then I am most likely dead. A group of bandits ransacked my home and took most everything. Well, bla, value I own. Ah, bla, bla, pendant. Most of my family spend, bla. Okay, und was soll mir das jetzt sagen? Achso, ich kann ja auch hier mal leveln. Das mache ich doch mal. Health. Und Stamina. So, schleichen. Okay, dafür habe ich nicht genug Punkte. Dafür genug Punkte? Auch nicht. Ja, dann mache ich das ja jetzt nochmal. Besser als nichts zu machen. Sieht's in meinem Bogenschießen aus. Critical Shot. Dafür habe ich auch nicht genug. Und Eagle's Eye. Und Eagle's Eye. Auch nicht genug für. Okay. Machen wir das. Wenn ich ja im Moment noch nicht so die geilen Bögen habe, sollte ich dann lieber ein bisschen rumleveln. Genau. Und ich muss da jetzt erstmal... Boah. Ja, habe ich gemacht. Schön. Ähm. Gehe ich erstmal zum Jarl. Der pennt bestimmt schon. Und ich sollte diesmal den direkten Weg nehmen. Das ist dann ein bisschen... Ja, kommt's nicht drauf klar, ne? Weil ich ein Ork bin. Aber auch wir Orks haben Qualitäten. Ah, ich hab's mir fast gedacht, dass es jetzt... Oder ist es, weil ich... Ja, weil ich vor diesen Balken gelaufen bin, hat er nicht eh angezeigt. Oh. Wir Orks haben zum Beispiel die Qualitäten vor solche Balken zu laufen und da nicht die Tür öffnen zu können. So. Okay. Oh, hier liegen sogar noch meine Waffen. Na, jetzt habe ich auch genug Tragenkapazität, dann kann ich die wieder mitnehmen. Ach, quatsch, bin ich dicht. So. So what happened at the Watchtower? Ja, mal gucken. Ne, ne. I knew I could count on Iriland. But there must be four tools in that. So it's true. Graybeards really were something. The graybeards. Ja, genau. The graybeards, das frage ich mich gerade auch. Masters of the way of the voice. Bla 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 bla. High on the slopes of the throat of the world. The dragonborn is said to be deeply gifted in the voice. The ability to focus your vital essence into a doom or shout. If you really are Dragonborn, they can teach you how to use your gift. Okay. 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 Und sonst? Okay. Lydia. Sehr schön. Jetzt habe ich Rang und Namen. Wunderbar. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt ne coole Sau. Immerhin. Hier, Lydia, die Battle Bitch. Oh, schön. Gut. Ich würde aber jetzt erstmal lieber ein bisschen alleine durch die Gegend laufen. Ich hab mir eigentlich gehofft, dass er mir noch irgendwie Arbeit geben kann. Vielleicht hätte ich diesen Herrn Avenici nochmal anlabern sollen. Ah, ja. Ja. Ich glaube, hier ist jetzt sowieso erstmal nicht so viel los. Hallo? Das war auch nicht so gesprächig. Hm, hm, hm. Hm. Jetzt laufe ich ja etwas ratlos durch die Gegend. Ach so, er schon wieder. Nee, ich will jetzt nichts kaufen. Boah. Dann geh ich mal hier hin. Ich kann hier mal den Menschen mit den auffälligen Hörnern am Helm ansprechen, falls er noch da ist. Gott, hier ist ja grad richtig Action, Alter. Hallo, Sinir. Hier ist doch übelst viel los. Hm, das mag sein. Hm, okay, der meckert nur rum. Wer ist denn das hier? Ja, das frage ich ihn jetzt. Okay. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ja, okay, hol ich den mal Alkohol. I can almost taste it. Klauen soll ich das jetzt auch noch? Hm. Wo finde ich denn das? Äh, nee, da wollte ich ja hin. Okay. Ach so, den gibt's da drinnen. Gott, ich bin ja auch ein verpeilter Fritz, ey. Hm. Ach, das ist das Zeug. Oh, ich bin hidden. Keiner läuft hier rum. Äh. Ehh. Gut. Ach so, er war der Fritz, okay. Hm. Ja, alles klar, ich finde auch manchmal so Dinge. Okay. Hey. Das war jetzt ja ein lustiger, lustiger Job, den ich hier hatte. Ist ja noch so ne Battle Bitch. Hm. Hm. Die Companions. Okay. Ich saß ja Battle Bitch. Ja, oh, alles wird gut. Hm, okay. Ich mache, glaube ich, erst mal Pause. Besser ist das.